Und da gehört auch die richtige Ansage dazu, Sie werden den sogenannten Mississippi-Dialekt mit Sicherheit nicht verstehen, aber das macht nichts. Das ist so die alte Geschichte von, man macht in der Früh auf und die Frau sitzt in der Küche und schreibt irgendwas nieder und klebt es an die Wand oder an die Türe und verschwindet. Und da steht dann nachher darauf, ich brauche dich nicht mehr. So ähnlich geht das. Well, I'm going to tell a fuck a brand new story about the woman I love. Man, I get up in the morning, you know, with the sunrise in the east, you know, yes, man. Well, I get up in the morning, ease my head up, and the woman I love, she sit in the kitchen, write some of her, with the sheet, you know, and pin it on the door. And I come down and say, man, she don't want me no more. And that's why I'm getting down to the desert, you know, where the sun shines and the heat is done, and that's where I'm going to lay down and die. Definitely. Yeah, man. And that's why I'm getting down to the desert, you know, where the sun shines and the heat is done, and that's where I'm going to lay down and die. And that's why I'm getting down to the desert, you know, and that's where I'm going to lay down and die. Yeah, I come up in the morning with the blue twats while walking around on me. Yeah. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020